so wir haben die aufnahme gestartet wir sind ich und meine anderen sachen in die kopf die total schi zu schi zu schi ich muss im oktavenwechsel machen weil ich nicht so hoch singen kann oder niedrig singen kann bestimmte töne und gibt es einen oktavensprung ich muss mal die richtung behalten fast westlich die 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 RETTERTFOLB RETTERTFOL Du 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 Arula Lacke ... Oh, das ist ein Lark. Das ist ein Lark. Oh. Und du, und du, und du. Oh, kann es kein Bäser sein. Alter. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wo ist der Lark? Sollte ein Lark sein? Wo ist der? Warte mal, ich muss mal reinzoomen. Ach, da ist der Lark. Ach, da hinten. Und das, den hab ich wegen dem ganz Blau nicht zu tun. Das sind die Heilviecher jetzt. Toll. Naja. Groß was zu kämpfen wird sie nicht geben. Nehme euch alle mit. Aber ich kann nicht wahrscheinlich hier auf einen Schlag alle töten. Sag ich doch. Alter. Alter. Wir hatten doch ein bisschen stärker zu, als ich dachte. Fuck. Blend den Scheiß aus. Hallo. Hallo. Was meinst du jetzt? Bisch allein. Neuer. Bis jetzt scheint es nicht zu laken. Am Laker. Das ist übrigens eine schöne Lake. Das Lake. Naja. Scheint diesmal das Leck freigelaufen zu sein. рукиcer간. Klop.